Alles klar Freunde, nachdem wir letztes Mal dort Schluss gemacht haben, als wir die Fälschung von Eisen hatten, geht es direkt dann weiter zum nächsten Pass. Mal schauen, irgendwas mit Eisen sollte jetzt kommen. Oh, Hakudon no Hachijiu, meh shume, eh shume de, hao do, hao do, hao do, hao do, hao do f, hao do f. Spaß. Genau, wir sind schon mit dem Train, ihr seht es im Part, hat gerade angefangen, hab ich auf dem Aufnehmen geklappt, ja hab ich, let's go und dann geht's weiter. Hai Koko, hao do f, bro. Was ist das für ein Loof? Was? Ich will auch dodgen. Ich kann nichts außer Attacken spammen jetzt, das ist unglaublich. Was ist das für ein halbes Rettst Trevor? Ach jeder. Nein! Oh, ich dachte gerade, ich dachte gerade, der hat uns wieder. Da würde ich auszickeln. Ichigo Kurosaki. Ja, was jetzt? Ich dachte, die Charaktere leben zusammen. Wir haben doch letztens einen auf 30 bekommen. Ich geloge, da stimmt was nicht. Alarm! Aber ich merke es eben. Ich muss leider so Ekelhaft spielen, wie die auch schützen und dann packen. Tralala. Ja. Aber. Gucken wir mal jetzt. Es war eine Kopie. Oh, guck mal, immer noch kampfbereit. Was geht? Beweis ich mal. Hey, Karga. Stimmt doch was nicht, oder? Das war doch hier. Oh, oh. Warum haben die so Schiss vor ihr? Oh, das ist nicht sicher. Bleach! Ich werde zurück. Ich werde zurück. Das ist jetzt die Flüssigkeit. Ich werde zurück. Wissen, was ich an Bleach geil fand? So richtig geil! Die Musik vom Aranka-Aranka. Aranka hieß sie doch, oder? Dieses spanische Flair. Der war richtig geil. Die Spanische war richtig geil. Der Fall war dann als Glechter. Okay. Okay. I.N.S. Class Sensei! Ich habe keinen Bock auf dich, Mann, Wohin. Nee, ich habe nichts gegen Deku, der ist schon cool auf jeden Fall. Also, er sagt schon seine Berechnung, worum es ihm geht, sag ich mal. Aber ich weiß nicht, das ist so, lieber Bakugo mit am Start, oder Toe. Wie hieß es, André? Tokoyami, glaube ich. Oh, nichts. Oh, nichts. Oh, einfach Ausgabeweilig. Klar, verstehe ich. Koroningen! Willst du Sasuke in deinem Team haben? Ich kann ihn dir gerne rüberschicken. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Nein, also für Sasuke sicherlich. Den gebe ich dir for free minutes free to play. So wie er. Wer ist er? Er. 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 Oh, das war ein Leberhaken, du. Das war ein Leberhaken, du. Let's go, Deku. Aber ich kämpfe Deku, okay. Nerv mich. Ich zeig's dir. Halt du dich zurück. Diese Deku. Oh, mein. Ja. Ja. Okay, jetzt wissen wir. Galena ist, um es zusammenzufassen, Samas und Wifi. Und macht einen auf Sasuke. Ja. Kane ist Shidens Cousin. Und macht wahrscheinlich einen auf Kaguya. Ich hoffe mal. Oder auf Malera. Oh, Galena. Hmm. Komenomai. Oh. Oh. In der Luft. Runne mit ihr Lady. Er sind so die dards. Sie sind so okay. Ach so, du bist. Oh. Oh. Kann man Attacken-spam oder was? Ah, wie weit das geht? Aha. Nein, nicht den Lappen. Lass los! Sehr schön. Oh nein. Oh, Galina. Ja! Ja! Ah! Ja! 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 Wuhh? Ja! Wuhh? Da war! Ah, das wird weh- Ja, das ist gut. Ja! Ja, das ist ein Fresse! Ja! 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 So, Galena, was ist jetzt los? Was sagen sie dazu? Die nette Dame, Galena. Galena, was sagen sie dazu? Galena, was sagen sie dazu? Galena, du bist doch am Leben. Die Galena. Oh. Was ist jetzt? Makar, wohl ein Buch nicht langsam einbannot sein. Was? Alles wo ich im Spichur erfinden. Wer ist er? Ah. Was? Was? Oh. Böse. Ah, das ist Galena nachts, Mann. Das ist ein Scheiße, wo du da bist, Galena. Das ist scheiße, Galena. Das ist führlich. Cain. Das ist Abuse, ne? Kleine Ratte. Du hast ihn zum Käfer gemacht. Sag so einfach. Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab's. Das war's. Galena war eine Kopie, ja okay. Ich war schon traurig, so aus zu abusen, Mann. Ja, ja. Wir kommen zurück. Ja, okay, jetzt kann ich Kane schon ein bisschen mehr verstehen, der Arme. Aber ja. Wir müssen trotzdem klatschen. Das sind die Spielregen, Kane. Kann ich dafür. Du hast dazu entschieden, in dem Spiel der Böse zu sein. Wir sind die Heroes, wir müssen nicht klatschen. Nicht danach. Oh! Du gibst mir keine Mission. Du Lappen. Ey, du hast gelappt? Ich finde es cool. Ich weiß nicht, warum ich daran gedacht habe, aber könnte es sein, dass er direkt... Ah, nee, es sagt keinen Sinn. Dass er direkt so Kane ist. Ich weiß nicht, warum ich daran gedacht habe, aber könnte es sein, dass er direkt... Ah, nee, es sagt keinen Sinn. Dass er direkt so Kane ist. Oder die menschliche Form von Kane, also die Kopie. Weil diese direkt ist ein bisschen komisch, um echt zu sein. Einfach so ein random Gedanke. Einfach so ein bisschen zu sehen! Ich will das, dass Gokun, Rufi und Narudas immer wieder zum Jump-Sekai gekommen sind. Ich will dir auch die Unterstützung von ihnen geben. OOOOOOOH! Also ich würde jetzt gerne wollen, dass es einfach direkt weiter geht. Weil oft ist es so, dass dann einfach auf einmal 2-3 random Missionen kommen, die nichts mit der Story zu tun haben. Rettung mit den Charmen. Ja, jetzt kämpft wahrscheinlich gegen random Venoms, bevor es mit der richtigen Story weiter geht. Das meine ich. Wieso verknüpfen die das nicht? Vielleicht tun wir es ja, guck mal. Vielleicht kommt irgendwas zu der Story jetzt noch wieder. What does she want? Öse du das? Oh. Hi. Oh. 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 Jungen, The Cell Games. So sagt er das. Son, das ist richtig cool. Son, Son Goku. Eto Piccolo des. Hajime! Wie cool das wäre. Wie cool warst du jetzt die Frage. Wäre einfach mal cool wenn wir jetzt spielen dürfen. So. WM. WM. Was ich hierzu verschwenden? WM. Aus zwei. WM. 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 Ich finde es auch scheiße, dass man so spielen muss, aber guck mal, wenn ich eine Combo abkriege, dann bekomme ich übel viel Schaden. Guck mal, ich habe übel geile Combo rausgehauen. Ich habe dann so viel abgezogen, wie er mit zwei Päusten. Guck mal, seht ihr? Nein, ich verstehe. Was? Ich weiß gar nicht wie ich, ich weiß gar nicht wie ich, ich weiß gar nicht wie ich Ich weiß gar nicht wie ich mich konzentriere, dass ich da nicht sinnlos sterbe ohne Spaß Aber ja, von Kamsiles Mung hab ich recht, aber was soll ich machen? Ich brauch keine Lust, das in die Länge zu ziehen Sprost Danke Danke Achso ja, man kennt's, hau rein Ja man Goku, endlich jemand, der das sagt Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie ich das nehmen Okay Mache ich Kakaroto Kakaroto und Piccolo dürfen was sagen, ist meine correcte Vor allem Piccolo Piccolo ist so ein richtiger Lehrer Aber die anderen so leid und so, oje, der darf mir gar nichts sagen und mich gar nichts. So, warte was, jetzt steigen wir aus dem Trax Motorrad aber weg, das gibt es doch nicht, jetzt, jetzt. Marineford, uuuuuh, was geht da? Kämpfe mit Blackbeet oder was? Schau mal. Jetzt will ich so, von One Piece, so ein Bösewicht ist glaube ich nur, also jetzt Blackbeet oder von Jump Force? Ich glaube schon. Also, boah, Hank zähle ich jetzt nicht dazu. Boah, Hank, Sabo, ja, ich glaube so. Was sieht hier ab? Oh, Sabo, Luffy. Wackler. Oh, Alter, wie cool ich aussehe. Was? Ich, guck mal, Rofis Füße. Äh, wie dreckig. Äh, 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 äh. Let's go. Let's go. Jetzt geht's ab, Blackbeerdo. Blackbeerdo. Blackbeerdo, ne? Auch interessant, wie und warum er zwei Teufelsrüchte besitzen kann. Ist wirklich sehr interessant, da gibt es sehr coole und interessante Theorien. Aber ich glaube, ne, das wurde noch nicht, glaube ich, erwähnt. Ne, ne. Aber ja. Das ist eine schöne, schöne Diskussion. Eine schöne Diskussion kann man damit starten. Alright. Zehaha. Deion? Ach, das nerg- Deion! Tehaha. Breceierde. Du w lut efecte. Die expanded Die Wasnäle. Eine Zeit hat sich gefwehriert. Ich finde, Raph hat richtig gut gemacht, um mal jetzt zu sagen. Habe ich aber oft gesagt. Oh, I've lost in a range. Woah, what? Oh, I've lost in a range. Oh, I've lost in a range. I've lost in a range. Raus mit dir, Junge. Raus ran jetzt. Ja. Das war nicht so quasi. Es sind so Mini-Quests. Haben zwar ein bisschen was mit dem Story zu tun, aber irgendwie auch nicht. Aber ich will einfach wissen, was jetzt so abgeht mit Galina und Kane. Und wo wir uns gerade befinden. Ob wir gegen Ende gehen oder einfach, ob wir irgendwo im Nirgendwo sind. Deswegen habe ich wirklich darauf geschaut, was in den nächsten Parts abgehen wird. Oh lol! Als ob der Trill jetzt offen geht. Schnuschshow von dem. Pack den doch. Sie gucken einfach nur zu. Ja. Achso. Du kannst dich kurz so machen über den Hohn, oder? Du kannst dich kurz so machen über den Hohn, oder? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Mach ich. So, Freunde. Dann würde ich auch sagen, soviel zu diesem Part. Ich hoffe, dass das euch gefallen. Ich bin wirklich einfach nur draufstanden, wie ihr es weitergehen würdet. Dementsprechend hoffe ich, ihr schaltet das nächste Mal ein. Und wir sehen uns das nächste Mal. Mach's gut, Freunde. Peace! SWR 2018 SWR 2020